Oh wow, ich war wohl ganz schön lange weg. Aber keine Angst, mir geht's gut. Manchmal braucht man einfach eine kleine Auszeit. Auch von Dingen, die man echt gerne mag. Einfach mal den Wahnsinn des Alltags hinter sich lassen. Aus dem Hamsterkäfig ausbrechen und einfach das pure Leben genießen. Mein Handy lag im Handschuhfach und da blieb es auch. Und meine Kamera war tief unten in meinem Koffer vergraben. Und auch wenn ich euch jetzt echt gerne was von unserem Roadtrip gezeigt hätte, bereue ich das nicht. Denn zum Speichern habe ich die wohl beste Speicherkarte der Welt benutzt. Und zum Filmen die beste Linse, die ich kenne. Zumindest mit dem passenden Objektiv. Diese Erinnerungen, die Gefühle und Bilder kann mir keiner nehmen. Eine Speicherkarte kann gelöscht werden. Ein Objektiv kann zersplittern. Ich bin ein Objektiv. Und nein, das heißt nicht, ich höre auf Videos zu machen. Im Gegenteil, ich bin sogar wieder richtig motiviert neue Filme zu machen. Nur sollten wir nicht vergessen, dass sich unser Leben nicht auf einer kleinen Speicherkarte abfühlt. Wir können nicht zurückspulen und den Moment nochmal erleben. Deswegen sollten wir auch manchmal unseren Blick von der Linse heben und einfach den Moment genießen.